Guten Morgen, Abend, Mittag, was auch immer, wie viel Uhr es halt bei euch gerade ist. Herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Kalte Melone schmeckt ja echt ganz schön gut. Ich werde mir jetzt wahrscheinlich gleich erstmal ein Müsli machen und weiß eigentlich noch gar nicht so recht, was ich heute machen soll. Mal sehen, da wird sich schon etwas finden. So, jetzt wird erstmal das Video von gestern geschnitten. Ich sitze da seit mittlerweile fast zwei Stunden an dem Vlog. Bei den letzten zwei Vlogs, wo wir das Ding angesprüht haben, da habe ich mir richtig viel Mühe gegeben und auch mit irgendwie so Montagen und so. Und das mache ich jetzt gerade wieder. Und auch so mit Bearbeitung und bla. Ich hoffe, ihr könnt das wertschätzen. Meine Linse ist da irgendwie... Kann man das sehen? Ist da so ein bisschen dreckig? Puh, kaum ein paar Stunden später und das Video lädt hoch und ist fertig. Yay. Ich glaube, ich müsste mal zusammenschneiden, wie oft ich in meinen Vlogs schon yay oder nice oder irgendwie sowas gesagt habe. Ich glaube auf jeden Fall ziemlich oft. Ich mache jetzt gleich Melonen-Smoothie, was auch immer. Ich fahre gerade auf meinem frisch angestrichenen Board rum. Und je länger ich es habe, desto mehr sieht es irgendwie aus wie so ein Militärgerät. Vor allem, wenn man es von irgendwie Weitem sieht, es sieht jetzt so voll robust und, keine Ahnung, dick aus. Und ich mache jetzt noch ein Militärgerät. Jep, schmeckt milonig. Noch ein Follower bis zu den 3000 auf Twitter, kommt schon. Aber das ist echt irgendwie Standard bei mir. Ich weiß nicht, ob das bei jedem so auf Twitter ist, aber auf Twitter habe ich einfach die allerwenigsten Follower und auch den allerwenigsten Follower-Zuwachs. Also da kommen wirklich täglich irgendwie nur ein Follower rein oder so oder vielleicht mal zwei oder drei, aber nie wirklich so viel. Also bei Instagram geht es da mega ab, irgendwie jeden Tag so, was weiß ich. Mal 15, 20 Follower oder was heißt das, da geht es mega ab, aber da sind halt schon ein paar mehr. Vielleicht, wenn dieser Vlog draußen ist, sind es ja immer noch 3000, dann könnt ihr mir da gerne folgen. Profil ist der erste Link in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne mal vorbeigucken, wenn ihr irgendwie noch mehr von mir wollt, weil da poste ich eigentlich ziemlich viel. Ja, genug Werbung für heute. So, jetzt essen. Der heutige Tag geht dem Ende zu und damit auch der heutige Vlog. Ich verabschiede mich von euch mit einer schönen Timelapse ins Dunkle und wir sehen uns im nächsten Vlog. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.